Hallöchen Leute und ja Ankündigung Punkt Livestream Punkt ähm Montag haben wir ja Montag übermorgen am 11.07.2012 um 19 Uhr gibt es einen Livestream äh auf nicht owned sondern auf Twitch einfach weil ich keine Lust habe auf owned ich mag Twitch mehr so und ist mir mittlerweile irgendwie voll unsympathisch geworden also ich kein Bock auf den IAC ja wie schon ich mag den ja den gibt es ja nicht mehr dort ist ja auch weg ich habe jetzt irgend so eine neue schon deswegen ist es wirklich besser Twitch hat mit dem Chat haben sie sich versaut ich mag Twitch gern ähm ich habe gern streams drauf okay gespielt wird primär wie man hier schon am Bild sieht Binding of the Isaac auch der andere das ist ja ich dann schauen aber auf jeden Fall mal bei mir vor der Säge dabei ist Kiesowin und meine Freundin ist auch da bei also hier in meinem Zimmer und ja bis dann 19 Uhr 11.07 nehmt euch Zeit sonst gibt es Schläge Tschöö